Einen fantastischen guten Tag Freunde, ich grüße euch. Ich habe heute eine Software für euch, wir werden es dir mal anschauen. Die heißt WinX HD Videoconverter Deluxe. GPU beschleunigt auf hier keine Videoconverter, Videos konvertieren, der Größe anpassen und bearbeiten. Gibt es einmal als kostenfreie Version, ich habe die kostenpflichtige Version, Freunde. Erstmal bin ich Rich Boy, außerdem wollen wir natürlich auch die vollempfängliche Version hier mal antesten. Gibt es für Windows, gibt es aber auch als Mac-Version. Und wie eigentlich der Name schon sagt, WinX HD Videoconverter, es handelt sich halt um einen Videoconverter. Ja, ich weiß, die Überraschung ist groß. Ist mir vor Schreck gleich was runtergefallen. Was können wir denn mit dem Videoconverter machen? Wir können halt hauptsächlich Videos konvertieren. Und ja, klingt erstmal so ein bisschen banal, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich schon das öfterin das Problem gehabt, dass ich Videos nicht konvertieren kann, weil mein Schnittprogramm das halt nicht einlesen kann. Das ist abhängig von dem Schnittprogramm, welches man halt verwendet. Tatsächlich hatte ich früher den Windows Movie Maker noch eine ganze Weile lang verwendet. Denn Windows Movie Maker konnte wirklich alles einlesen, aber den gibt es ja inzwischen nicht mehr. Microsoft versucht dann ein eigenes Schnittprogramm zu verhökern. Ansonsten muss man sich eben nach Alternativen umschauen. Und da wäre eben hier WinX HD Videoconverter halt eine mögliche Alternative. Wir können schneiden, zumindest rudimentär Untertitel einfügen, wenn wir denn welche haben. Zuschneiden, okay, zusammenführen und Audiospur bearbeiten. Wir können eben hier das Format, was halt möglicherweise noch im Schnittprogramm nicht eingelesen werden kann, dann hier einlesen und dann eben konvertieren in ein anderes, gängigeres Videoformat. Bei der Gelegenheit kann man auch die Dateigröße minimieren. Ja, hier steht um bis zu 90%. Das ist natürlich unglaublich vom Ausgangsmaterial abhängig und auch, welche Qualitätsverluste man da in Kauf nimmt. Was häufig gar nicht so krass ist, wie man sich das vorstellt. Weil zum Beispiel 4K-Videomaterial, das Rohmaterial, das wird auch von mir immer runterkonvertiert. Weil die meisten sich das mit dem Smartphone anschauen und ein Smartphone macht nun mal keinen 4K-Freunde. Smartphone, Actioncam, Drohnen, DLSR, Camcorder, Überwachungskamera, PC und Tablet. Großen und Ganzen, naja, halt alles, was Videos aufzeichnen kann. Unterstützt 4 und 8 VideoK auch und erstellt einen Hochladen von Fotodiashows mit Audio. Hier sehen wir dann nochmal, das ist die kostenfreie Version. Da können wir konvertieren, wir können compress, also komprimieren, Output, ja, 5 Minuten Videolänge und Basic Edit, Cut, Trim, Schneiden, Kürzen, Editieren. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten. Ich stelle euch einfach nur eine vor. Hier bin ich ja noch im letzten Projekt. Weil der Vorteil nämlich von solchen kleineren Programmen, die wirklich nur kleine Aufgaben übernehmen sollen und relativ eingeschränkt sind im Funktionsumfang. Der Vorteil ist, dass diese Programme meistens viel, viel, viel übersichtlicher sind. Und häufig reicht die kostenlose Version. Und da sieht man auch hier, ich habe das jetzt gestartet und dann komme ich hier in das Fenster. Und mehr ist es in groß und ganz nicht. Jetzt kann ich hier Fotos oder Videos importieren, löschen, ja, Optionen ganz allgemein. Ich kann die Sprache auf Deutsch einstellen, ist ja nicht schlecht. CPU-Kerne-Nutzen ist ja vor eingestellt. Wir haben die GPU-Beschleunigung auch mit an Bord. Würde sich ja auch lohnen. Ich bin jetzt hier an meinem Notebook und da habe ich zum Beispiel eine GeForce 2050 als dedizierte Grafikkarte drin. Ist natürlich nice. Wird das alles nicht so zulasten, dass CPUs geht im Großen und Ganzen. Jetzt sind halt einfach beim Konvertieren schneller, gerade wenn wir größere Files haben. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt, etc. Hier sieht man nochmal Hardware-Encoder. Und wir gehen einfach mal aufs Plus und nehmen jetzt hier einfach mal ein Video. Vielleicht das erste ist eine Bildschirmaufnahme, welche spielt auch keine Rolle. Und jetzt kann ich das Ausgabeprofil auch hier direkt festlegen. Also wie gesagt, das ist halt möglichst einfach. Hier hat man halt die Auswahl, eine 4K, 2K. Man kann das aber alles auch nochmal spezifizieren. MOV zum Beispiel können wir ja exportieren. MP4 ist, denke ich mal, das bekannteste. H-265, H-264. Es gibt sogar das, das muss ich sagen, das kenne ich gar nicht, WebM im Videodateiformat. Das ist Lib4bis. Links dann Profile für Geräte. Da sind dann die Profile, die halt für die entsprechenden Geräte optimiert sind. Da ist alles schon zuvor eingestellt. Für alle Dullis, die sich damit echt so gar nicht beschäftigen möchten. Das ist sogar Microsoft Mobile. Hier ist sogar Sony dabei. Playstation 3. Das ist natürlich dann noch teilweise ein bisschen ältere Profile. Habt ihr ja gesehen, die Software gibt es ja offensichtlich seit 2010. Aber Blackberry. Naja. YouTube-Video natürlich interessant. Facebook, Vimeo. Allgemeines Internet-Video. Das kennt man vielleicht auch noch aus Movie Maker. Da gab es das Profil auch. Und hier FLV-Sum-Start, AVI, WMV. Da findet man dann halt alles unter den entsprechenden Kategorien. Allgemeines PC-Video ist auch schön. Allgemeines Mac-Video, TV sogar, Samsung, Sony, Panasonic, LG, immer so weiter. Und dann kann man ja auch nochmal einstellen, Low-Quality, High-Quality. Das ist dann eben, das hat was mit dem Konvertieren zu tun. Und es gibt auch mal gleich ein empfohlenes Dateiformat. Damit man zum Beispiel nicht auf die Idee käme, irgendwie ein niedrigauflösendes Video dann aufzublasen, zum Hochauflösen, was natürlich so nicht funktioniert. Ja, hier empfohlen, machen wir jetzt an der Stelle auch einfach mal. Und dann habe ich auch nochmal Settings und kann auch nur einiges dann individualisieren. Beziehungsweise ich kann dann auch nochmal zurück, kann jetzt ein anderes Profil wählen. Also ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt alles neu importieren muss. Wenn ich sage, nee, passt mir eigentlich so nicht, ich kann Seitenverhältnis ändern. Wichtig, wir haben hier natürlich auch die Framerate, da sind alle Bekannten dabei. Hier Sample Rate ist ja auch einstellbar und die Bitrate natürlich. Und ich kann natürlich auch dann hier editieren über die Schere. Angaben, das ist so noch ein paar Infos zu der File. Okay, es fängt ja an zu quatschen, ja du. Editieren ist aber hier wirklich interessant. Allgemein Untertitel, Schneiden, Trim. Untertitel kann ich hier nur importieren, immer Untertitel aktivieren. Und wenn ich jetzt eine entsprechende File habe, kann ich hier halt einlesen, Subtitle. Allgemein kann ich hier die Lautstärke regeln, wenn halt ein Audiospur existent ist. Schneiden, Schneiden, Aktivieren, finde ich immer ganz witzig. Und da kann ich das jetzt hier zum Beispiel, kann ich das jetzt hier so ein bisschen das Format halt ändern, beziehungsweise beschneiden, wenn ich das will. Und Trim, das Trim, das ist jetzt nicht das klassische Schneiden, hier kann ich nur anfangen und Startpunkt halt verschieben. Kann dadurch das Video sozusagen so ein bisschen einkürzen. Aber ich kann jetzt nicht damit ein klassisches Schnittprogramm ersetzen. Nur ganz, ganz grob, da ich sage, okay, ich habe hier meine Samples, ich habe meine Clips. Ich schneide nur Anfang und Ende ab, weil ich halt die Kamera an und ausgemacht habe, beispielsweise. Und damit das jetzt nicht reicht, nehme ich jetzt noch ein zweites Video. Und das wird ja jetzt hier ebenfalls importiert. Und jetzt kann ich hier rechts zusammenfügen. Und jetzt habe ich hier ein Video und drunter sehe ich nochmal die beiden Einzelvideos. Und kann jetzt das sozusagen speichern. Kann ich natürlich vorher noch einzeln bearbeiten. Aber wir warten jetzt nicht, bis der fertig ist. Computer ausschalten nach Konvertierung ist natürlich unglaublich praktisch. Mein Programm macht das leider nicht, obwohl das eigentlich eine so sinnvolle Funktion ist. Und damit man halt so sieht, da habe ich nämlich hier das Video. Das habe ich mal kurz einfach nur umgewandelt. Da war 6,21 Megabyte. Und habe ich das dann einfach in der Voreinstellung, habe ich das dann gespeichert. Und wir sind dann auch 4,5 Megabyte runter. Da ist sie also rund 50% größer. Kann man alles natürlich noch mehr optimieren, beziehungsweise noch kleiner machen die Dateien. Je nachdem eben welchen Qualitätsverlust ich hinnehmen will. Und natürlich auch, wie ist denn das Ausgangsmaterial? Ist das eh in der viel zu hohen Auflösung? Will ich das in der gar nicht veröffentlichen? Da habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, als wenn ich ein Video in 640x480 aufzeichne. Fotos kann ich auch hinzufügen. Da hat man ja dann vorhin auch in der Beschreibung gelesen. Da kann ich dann auch ein bisschen was mitmachen. Löschen, Optionen, das war es schon. Es ist wie gesagt ein echt kleines Tool. Ich habe auch die Möglichkeit, portieren wir nochmal schnell eins. Letzt verwendete Profile habe ich dann hier auch als erste Kategorie. Nehme ich jetzt das, was ich eh verwendet habe, wenn ich immer das gleiche machen möchte. Und da habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit, mir das Ganze in der Vorschau reinzuziehen. Läuft soweit auch echt vernünftig. Was jetzt so seltene Formate angeht, muss ich sagen, habe ich jetzt bisher nichts gefunden, was ich jetzt hier nicht einlesen kann. Natürlich kann ich nicht alles testen. Es werden unfassbar viele Formate unterstützt. Und zwar über 370. Ich bin auf jeden Fall manchmal schon verzweifelt, weil ich irgendein Format hatte. Das konnte sogar der VLC-Player nicht einlesen. Weil manchmal hat man zum Beispiel auch irgendwelche alten Telefone oder man hat irgendeinen kuriosen MP4-Player aus China importiert von AliExpress. Dann nehme ich damit irgendwas auf und plötzlich kann mein Vegas das nicht einlesen. Also erst recht, wenn ich halt irgendwelchen China-Schrott testen wollte. Und dann kann ich von dieser Billig-Kamera oder von diesem Billig-MP4-Player oder irgendeine andere Kuriosität, was in irgendeiner Form halt Video aufzeichnet. Dann kann ich das halt nicht einlesen. Oder diese China-Tastentelefone und sowas. Was ich da schon alles bestellt hatte, die spucken manchmal auch komische Video-Formate aus. Und da kann ich das in den Test dann halt nicht mit reinnehmen. Das ist mega ärgerlich. Ich weiß, dass es auch Online-Plattformen gibt. Da hat man nicht das Problem, dass man das vorher hochladen muss. Und gerade bei hochauflösendem Material geht das zum Beispiel mit meiner Internetleitung überhaupt nicht klar. Also für mich ist das überhaupt keine Lösung, Online-Converter zu verwenden. Das geht nicht. Ich brauche Offline-Converter. WinX HD-Video-Converter ist komplett offline halt nutzbar. Dann haben wir im Großen und Ganzen auch schon alles. Das ist halt ein Video-Converter, der ein paar Funktionen halt mitbringt, die ich euch beschrieben habe. Ich verlinke den euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch angucken. Wie gesagt, gibt es auch eine kostenlose Version, wenn ihr das vielleicht braucht. Ansonsten sehen wir uns das nächste Video wieder, Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.